Halt, stoppte sie ihre Mutter. An dieser Schule lernt ihr, eure Kräfte zu kontrollieren. Sofort erhielten sich die Gesichter der beiden Schwestern. Wir haben Kräfte? fragte Shira. Cool, fügte Lamina hinzu. Aber ich weiß, ich hätte es euch schon früher sagen sollen, doch es war noch zu früh. Also wenn wir Kräfte haben, hast du auch welche? Und was für eine, fügte Lamina hinzu. Also ich selbst kann mich unsichtbar machen. Jetzt fragte sich Shira, ob es ihre Kraft wohl wäre, ihrer Schwester fetten Hasen herbeizuzaubern. Doch sie lag komplett falsch. Jede Mystery-Schlange hat eine andere Kraft, je nach Charakter, Aussehen und Vorfahren. Und welche habe ich? fragten Lamina und Shira im Chor. Alle mal langsam, stopp, stopp, stopp. Wir sind hier nicht im Zirkus. Ich hoffe, ich habe die Kraft fetten Hasen herbeizuzaubern, hoffte Lamina. So, Lamina hat die Kraft Wasser. Och ne, was für ein Reinfall. Nun meckere nicht, wie eine Ziege, Lamina. Dabei klingt sie beim Meckern wirklich wie eine Ziege, kicherte Shira in sich hinein. Und Shira, du hast die Kraft, Teleportation. Mann, das ist mal ein Fang. Och nö, wiederholte Lamina. Cool, wie funktioniert das? Ich will es sofort ausprobieren. Und bing. Hey, du bist es auf meinem Kopf. Cool, cool, ich habe es hingekriegt. Mama. Shira, äh, wieso hast du eigentlich diese Zirkusmusik abgespielt? Das habe ich nicht, mein Schatz. Anscheinend spielst du automatisch Zirkusmusik ab, sobald du dich teleportierst. Hey, Shira, pups nicht auf meinem Kopf rum. Du hockst nämlich immer noch auf mir. Sorry, ähm, also immer wenn ich aufgedeckt bin, muss ich pupsen. Das war eine von Shiras besonderen Macken. Also, ähm, wir gehen dann auf diese Schule, um zu lernen, wie man seine Kräfte kontrolliert, richtig? Genau. Aber ihr lernt nicht nur das. Zweibeinerkunde, Schlingelkunst, Tiersprachen und Magie zum Beispiel. Was ist zweibeinerkunde? Das sind die Menschen, antwortet Naira. Menschen? Ja, diese Viecher, die unserem Lebensraum stehlen. aber, die diese köstlichen Dingens Schokade machen, Laminas Augen glänzen. Nein, es heißt Schokolade, sagte Sheila. So, das war entschieden. Die beiden werden auf die Mystery Snack reingehen. Vielen Dank.